Hallo liebe Leute, ihr seht schon, es wird gerade richtig kalt, der Herbst fängt an und der nächste Corona-Lockdown steht leider auch vor der Tür. Das heißt, wir können gerade nicht reisen mit unseren geilen Vans, wir können nicht um die Welt fahren, wir können nichts entdecken. Und da habe ich was ganz, ganz Spezielles für euch, denn ich, ich habe was entdeckt letztes Jahr mit Gisela. Da war ich in Schweden und in Norwegen, zwei wunderbare, traumhafte Länder und ich habe ganz, ganz viele tolle Aufnahmen mitgebracht aus der Luft, denn ich war mit der Drohne unterwegs. Und die Aufnahmen, die lagen jetzt eine ganze, ganze Weile in meinem stillen Kämmerchen daheim und jetzt hatte ich wirklich mal Zeit, sie zu bearbeiten. Herausgekommen sind 14 richtig, richtig coole Videos, alle zwischen 1 und 3 Minuten. Das heißt, alle zwei Tage gibt es jetzt ein Video den ganzen November lang, sowohl auf meinem Instagram-Kanal als auch auf YouTube. Bei YouTube, da habt ihr sogar noch bessere Qualität und schaut einfach mal rein. Ich würde mich über ein Abo auf jeden Fall freuen, genießt den November und viel Spaß. Ich würde mich über ein Abo auf jeden Fall freuen, genießen.